Schon mal mit einer Raumstation gefunkt? Einen Satelliten nur für dich benutzt? Schon mal nachts Daten zum Mond gesendet? Weltweit mit Freunden geplaudert, ohne Telefon oder Internet? Dieser junge Heer funkt gerade mit Amerika, live und ohne Gesprächsgebühren. Vor einer Minute sprach er mit einem Russen, oder war es Afrika, egal. Das macht er übrigens, seit er neun ist. Monty ist Funkamateur. Einer von drei Millionen weltweit. Ich bin zwölf Jahre alt, heiße Monty und ich mache Amateurfunk, seit ich neun bin. Also ich habe die Lizenz mit neun bekommen. Die Lizenz darf man machen, man kriegt jedoch kein Rufzeichen unter 14. Jedoch habe ich jetzt, wie man gerade gesehen hat, ein Schweizer Rufzeichen, weil es dort keine Altersbegrenzung gibt. Ich musste nur die österreichische Rufung vorweisen und damit hat es funktioniert. Wir sind mit der Kamera im Radiofunkhaus in Wien zu Gast, wo diesmal der Kids Day stattfindet. Zweimal im Jahr dürfen neugierige Kinder und Eltern am Kids Day ausprobieren, wie das geht. Weltweit funken. Kontakt mit anderen Halten mit Bild, Ton, Computerdaten. Ganz ohne Telefon, ohne Gesprächsgebühren, ohne Internet. Hier probieren ein paar Kinder aus, wie man um die Welt funkt. Am Kids Day dürfen die das. Ich rufe andere Stationen und rede dann mit anderen ausländischen Stationen, damit die Kinder sehen, wie das funktioniert beim Amateurfunk. Okay, Alpha Bravo Sierra, do you know? Okay, good self, good self. Okay, I echo Sierra 2 mit 3 Papa Alpha, do you know? Es war dann schon ziemlich dicht, also da schon sehr viele Signale gleichzeitig und es war recht schwer, was auszuhören. Ich würde so sagen, es sind sicher zehn in der Schlange gestanden und es kommen halt immer neue nach. Sie wollten mit mir reden, erstens einmal, weil ich so jung bin, zweitens einmal, weil es ein Kids Day ist und eben das ist ein spezielles Aufzeichen, das will natürlich jeder arbeiten. Auch Rolf Rüdiger, die freche Radiorate des ORF, darf mal ran. Die Kinder hier basteln sich mal schnell eine eigene Morse-Taste aus einer Büroklammer. Und dann wird ganz echt gemorst, wie vor 150 Jahren. Was hier läuft, ist Internetradio. Millionensender, live und voll digital. Die Zukunft klingt gut. Ja, Flugfunk und so, kann man natürlich auch damit abhören. Und zum Mithören braucht man nicht einmal eine eigene Lizenz, aber das wollten wir hier eigentlich gar nicht erzählen. Secure, 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 20 Meter. Was nötig ist, um selbst am Amateurfunk zu senden? Eine mündliche Prüfung, die darf man in Österreich schon als Kind machen. Ein eigenes Funkrufzeichen, ähnlich wie die Autonummer, das bekommt man in Österreich ab 14 Jahren. Damit man mit der ganzen Welt verbunden bleibt. Ohne Gesprächsgebühren. Nicht nur für Notfälle oder Katastrophenhilfe, sondern weil es Spaß macht. Vielleicht hören wir uns ja mal. Ihr wisst ja, wo wir sind. Nein? Okay, hier sind wir. Wir und die drei Millionen anderen da draußen.